Ein großer Teil der Hollywood-Unterhaltungsindustrie bekundet in einem offenen Brief ihre Solidarität mit Israel. Mehr als 700 Promis verurteilen mit deutlichen Worten in dem Schreiben den Terrorangriff der radikal-islamischen Hamas, mit inzwischen mehr als 1200 toten Jüdinnen und Juden, tausenden Verletzten und einer Vielzahl an Zivilisten, die in den Gaza-Streifen verschleppt wurden. Zu den Unterzeichnern zählen unter anderem Hollywood-Ikonen wie Gal Gadot, Chris Pine oder Michael Douglas. Veröffentlicht wurde der Brief von der Non-Profit-Vereinigung Creative Community for Peace. Darin werden unter anderem auch sämtliche Hollywood-Kollegen aufgerufen, sich energisch gegen die Hamas auszusprechen, Israel zu unterstützen, keine Fehlinformationen über den Krieg zu verbreiten und alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Terrororganisation zur Rückkehr der unschuldigen Geiseln zu ihren Familien zu drängen. Die Organisation erklärt zudem, dass der Aufruf der Erste seiner Art sei und sich unmissverständlich für Israel und gegen den Terrorismus der Hamas ausspreche. Zu den Taten der Hamas am vergangenen Samstag heißt es, das ist Terrorismus. Das ist böse. Es gibt keine Rechtfertigung oder Rationalisierung für die Aktionen der Hamas. Es seien barbarische Terrorakte, die von jedem angeprangert werden müssten. Die israelische Schauspielerin Gal Gadot kommt sogar persönlich in dem Statement zu Wort. Mein Herz schmerzt für die verlorenen Leben und die zerrütteten Familien. Ich bete für alle, die vom Terrorismus und der Brutalität der Hamas betroffen sind.